Morgenstund, jetzt jedet rund. Ha, denkste. Hey, du Sausack, was fällt dich ein? Ich schlacht dich zu Brei. Das können sie ja mal versuchen. Dann kommt mein Papa, der haut jeden Fall der Latz, der mich vertut. Das wollen wir doch mal gucken, du fiesen Böck. Erst schleicht die Stoke voll und dann deinen Papa. Ha, mein Papa ist Boxer, den hol ich runter. Der haut sich aus dem Anzug, blöd Mann. Na warte, Kerlchen, ich rotte deine ganze Familie aus.